Herzlich Willkommen auf Unbox Kings. In der heutigen Folge geht es um die Releases der aktuellen Woche. Cashmo 1998. Im Oktober 2017 veröffentlichte Cashmo mit Hose & Bros sein letztes Soloalbum. Drei Jahre später folgt nun mit 1998 das nächste Album des Aachners. 1998 beinhaltet elf Tricks, Features wurden keine bekannt gegeben. Das Album kommt über Rap aus Prinzip und erscheint als Box. Richter Phoenix. Das letzte Release von Richter Atlantis erschien im Februar 2019. Knapp zwei Jahre später steht nun die neueste EP an. Die EP beinhaltet acht Tracks, die genaue Tracklist wurde bis jetzt noch nicht bekannt gegeben. Das Release kommt über Ecstasy und erscheint als CD und auch als Bundle. Trippy Boy Unendlich. Im Mai diesen Jahres releaset Trippy Boy mit Starboy seine Debüt-EP. Nach nicht einmal sechs Monaten meldet sich der ehemalige Ananas-Squad-Rapper mit seinem nächsten Release zurück. Unendlich beinhaltet acht Tracks, Features wurden keine bekannt gegeben. Die EP kommt über Starboy Entertainment und erscheint als Bundle. Eure Meinung zu den kommenden Releases würde mich natürlich interessieren. Schreibt sie mir in die Kommentare. Darüber hinaus könnt ihr auch gerne in den Kommentaren dafür abstimmen, auf welches der Releases ihr euch am meisten freut. Alle Infos und Links zu den jeweiligen Releases findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Dort findet ihr dann auch die Links zu den jeweiligen Unboxings. Falls ihr in Zukunft keine Releases mehr verpassen möchtet, dann könnt ihr meinen Kanal gerne abonnieren. Das war's für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Passt auf euch auf. Ciao.